Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder ein paar Kisten aus Mists of Pandaria öffnen. Und zwar haben wir da von den Szenarien einmal die großen Schatzkisten. Und ja, da wollen wir insgesamt 30 Stück aufmachen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorgefarmt. Und zwar, wie ihr seht, mit dem einen oder anderen Test-Shard. Die haben hier mal ein bisschen kuriosere Namen, weil ich die wieder löschen werde. Diese Kisten gibt es nämlich über Quests, die man nur leider einmal pro Char machen kann. Und dementsprechend sind wir da den normalen Shards ein bisschen ausgegangen. Aber Test-Shards können wir dafür ebenfalls hernehmen. Und jetzt gucken wir mal, 30 Kisten machen wir auf. Die ersten haben wir jetzt hier schon mal. Ich brauche aktuell noch 5 Items. Und zwar sind es 2 Stärke-Umhänge, 2 Int-Umhänge und ein Agi-Schwert. Deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir den Monk, der kann zumindest 4 von den Items abdecken. Ne, 3 von den Items, pardon. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir haben hier schon mal nichts dabei. Und da haben wir auch nichts. Das geht ja schon mal gut los hier. Dann haben wir direkt den nächsten Monk. Oh, da müssen wir auch noch die Quest abgeben. So. Wir haben einmal Schultern dabei. Und eine Brust. Und dann haben wir hier noch einen Zandalari-Monk. Erster hat nochmal eine Brust drin. Und in der zweiten Kiste gar nichts. Uff. So, dann haben wir den nächsten Troll-Shammy. Ne, Troll-Monk. So, warum nicht Shami? Oder nee, Shami könnte nicht die Schwerter kriegen. Der kann ja leider keine Agi-Schwerter ziehen. Schade, das war auch wieder nix. Einmal Handgelenke. So, dann haben wir den nächsten Monk. Dann schauen wir mal rein, was wir Schickes drin haben. Ich hoffe mal was Gutes. Den Stab, den brauchen wir nicht. Und was haben wir hier? Einmal Hände. Das brauchen wir ebenfalls nicht. So, nächster Char. Nächstes Glück. Und was haben wir Schickes? Einen Gürtel. Und was haben wir dann noch? Einmal wieder nix. Schade aber auch. So, da la. Nächster Char. Gucken wir rein. Einen Ring, den brauche ich nicht. Und Schultern brauche ich ebenfalls nicht. Dann haben wir hier den nächsten Monk. Und was haben wir da? Einmal einen Gürtel. Und hier haben wir leider nix drin. Gut, dann haben wir nochmal einen Monk. Und da ist leider auch nix drin. Was haben wir hier? Oh, schon wieder ein Ring. Das gibt's doch gar nicht. So, dann haben wir hier noch einen Worgen Monk. Und was hat der Schienes drin? Einmal eine Epik-Hose. Und hier ist leider nix drin. Als nächstes haben wir einen Kul-Tiraner-Monk. Und was hat der? Einmal grüne Handgelenke. Und epische Schuhe. Auch die brauche ich nicht. Und direkt der nächste Kul-Tiraner. Hm, schon wieder eine Hose. Die brauchen wir auch nicht. Und dort haben wir einen Int-Dolch. Interessant. Ich kann nicht mal einen Dolch tragen als Monk. Und trotzdem kriege ich den. Weird. Das dachte ich nicht, dass das geht. Okay. Sehr, sehr interessant. So, dola. Nächster Monk. Und was haben wir schönes? Handgelenke. Jetzt könnten so langsam mal was drin sein, hätte ich gesagt. Hm, oder auch nicht. So, nächster Char. Nix war's. Und. Hm, Stab. Wo sind die Schwerter? Frag ich mich. Und dann haben wir jetzt noch den letzten. Damit müssen wir wieder 30 Kisten rum haben. Und zwar haben wir folgendes drin. Einmal Hände. Und als nächstes haben wir nix. Na, wunderbar. Damit haben wir wieder 30 Kisten aufgemacht. Und, äh, gar nichts gekriegt. Ich hoffe, beim nächsten Mal läuft's ein bisschen besser. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Ui, Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.